moin moin und damit willkommen zu einem weiteren kleinen unboxing ich habe jetzt vor kurzem also vor ein paar minuten von der post dieses kleine päckchen bekommen dieses kleine paket und da habe ich schon einmal etwas geöffnet damit ich da gleich reingucken kann denn vor einem verschlossenen paket sitzen macht natürlich auch nicht so viel sinn ich habe ansonsten hier noch das adresskärtchen weggenommen ansonsten ist das ganze ding noch so wie ich es bekommen habe reingeschaut habe ich wie gesagt noch nicht das machen wir jetzt gemeinsam ich weiß was drin ist aber noch nicht genau wie es dann am ende geworden ist wie es dann aussieht denn es handelt sich hierbei nicht um bücher sondern ich habe einen reward bekommen ja tobias und thorsten mit einem coolen siegel ich weiß nicht genau ob man das in einem video erkennen kann aber auch das ist mit einem donnerhaus gesiegelt ich muss gerne mal schauen könnt ihr das erkennen keine ahnung ja hallo frosti wolpi verbuddeln und hat draußen im garten nach langer suche und mehrfacher flucht vor wildschwein rotten die schatzkiste seines vorfahren wolprecht balzius lorenz keksfried freiherr von wolps hofen gehoben daran befand sich alte karten und andere raritäten unerwartet aber nicht unerwünscht wir haben diese schätze gesichtet aufbereitet um sie dir zur verfügung zu stellen die kuratierte sammlung des freiherrn von wolps hofen hugendorp kiaras wag castello felsenkloster brüllender barsch kustzow kustzow das kennen wir doch irgendwoher genau es handelt sich hierbei um karten die sich wenn ich das hier gerade mal so anfassen auch richtig super anfühlen ich weiß nicht was das für ein material ist es ist kein normales papier das ist also wirklich schon kartig so sage ich einfach mal ich werde gerade mal die box ein bisschen entfernen dann haben wir platz das donnerhaus genau das also ich bin patreon beim donnerhaus und habe ja nachdem ich jeden monat viele verschiedene karten bekommen habe 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 ich dann auch jetzt als dankeschön die karten auch ausgedruckt bekommen mit richtigem kartenpapier und ja das wollen wir uns gerade mal ansehen ansonsten informationen zu dem donnerhaus ihr könnt hier die paar links erkennen ich werde euch das auch noch mal in die beschreibung packen dann müsst ihr jetzt nicht umständlich abtippen aber ja die ein oder anderen karten kennt ihr vielleicht schon ich habe das ja auch schon mal vorgestellt alternativ hat es der denn der rollenspiel denn hat das auch schon mal vorgestellt und da wollen wir mal rein gucken das hier machen wir ja gut dann drehen wir das gerade mal um denn es handelt sich hierbei um volpi volpi ist normalerweise ein kuscheltier ja ein ein volper dinger und den haben sie entworfen den haben sie für sich gebaut und der mal jetzt für tobias und thorsten die karten ihr könnt es dann hier sehen wie er gerade in der arbeit ist und diese vulkaninsel diese vulkan karte malt die wollen wir uns dann auch gleich noch mal ansehen die haben nämlich noch in echt schaut auch sonst bei instagram vorbei denn da gibt es dieses kuscheltier auch nicht in gezeichnet sondern in echt und wuselt da überall rum hat eine eigene kleine geschichte wie gesagt hat auch vorfahren das habt ihr schon erfahren hat auch verschiedene geweihsachen die sie dann je nach foto montage verändern und ja das ist volpi ein keksüchtiges kleines volpertinger monster genau wir schauen in die karten hinein ich habe schon gesagt dass sie sich ziemlich hochwertig anfühlen das ist kein normales dina 3 papier oder sowas ich weiß nicht ob das dina 3 format ist aber es ist zumindest sehr kartig man kann sich das auch hinhängen und ja ich meine wenn ihr euch jetzt die erste karte hier anseht das ist schon mal ein traum jetzt hier mit diesem wasser mit den farben ihr könnt dann hier auch ganz einzelne details erkennen ansonsten haben wir hier unten noch ja verstehe also das ist bewohnt und wenn man sich das in der pdf anguckt dann wird man da auch heranzoomen können das ist also sehr hochauflösend und jetzt haben wir hier in diesem archipel einen erloschenen vulkan und da will man natürlich auch wissen was leben dafür tiere ich zeige euch gerade schon mal die nächste karte es ist einfach nur herausragend schön gelungen wenn wir uns dann hier ja diese dieses wasser ansehen und die küsten streifen hier im inneren haben wir auch noch mal ein paar kleine sehen die dann mit süßwasser sind die dann als quelle die hier haben wir wieder den vulkan und da will man natürlich wissen was da eben auf diese insel alles lebt und da forschen und rumspielen also wenn ich diese karten wir betrachten da fallen einem direkt sofort abenteuer ein wir haben hier auch noch eine kleine legende zehn kilometer sind das ja und ich muss sagen diese karten sind in letzter zeit das beste was ich gesehen habe an karten also da kommt dafür dass die das nur zu zweit machen beziehungsweise torsten macht das glaube ich alleine tobias kümmert sich dann eher um den blog so habe ich das zumindest verstanden dafür dass die das ja zu zweit machen und uns dann jeden monat drei karten raushauen beziehungsweise noch mehr teilweise dann mit veränderten umgebungen diese karte kennt ihr wahrscheinlich schon wenn ihr bei mir auf dem actual play kanal herumlauft also die verändern sich man kann das ganze dann eben auch noch in vollem ja in voller blüter erblicken wo es dann nicht angezündet ist oder eben dann auch die ruinen steht wenn das dann hier noch so ein bisschen rauchig ist und trümmerteile rumliegen wie gesagt die karte habe ich schon benutzt da haben wir dann den seelensammler das erste mal entdeckt die karte wird uns vielleicht auch noch ein weiteres mal begegnen aber ja diese karten regen mich einfach unglaublich zum zum kreativ werden an zum rollenspielen und dann will ich hier irgendwie kleine räuber banden oder sowas in den wald sitzen und dann hier kämpfen oder einfach nur irgendwelche bewohner dann hier oben dieses bauernhaus setzen was auch immer das dann für eine familie ist hier noch mit dem kleinen garten also unglaublich liebevoll hier haben wir dann auch noch so eine kleine ruine was auch immer das für ein türmchen war oder ist man kann auch zusätzlich zu den pdfs also das sind dann nicht nur die bilder sondern es gibt dann auch eine geschichte dazu das spielt alles in der gleichen welt man kann allerdings auch die karten dann für eigene zwecke dann benutzen aber wer wissen will wer dann in diesem haus wohnt weil nichts einfällt oder was das hier für ein turm ist der kann sich dann eben auch bei den zugehörigen pdfs kann er sich dann auch noch infos abholen wenn im vorschläge gemacht ja ansonsten haben wir hier noch eine felsenburg oder ein kloster hier haben wir es mal in lila mit lila nach hier haben wir es dann in gold und wenn wir uns dann genau das habe ich gerade eben schon gesehen wenn wir uns dann die nächste karte angucken dann ist das ganze eben nicht mehr lila sondern mit stein grau eisenfarben silber ja was auch immer wofür auch immer man dann diese eine version benutzt oder dann die goldene version mit den lilanen türmchen das ist quasi genau die gleiche karte nun mit einem anderen farb layer und da kann man dann kreativ werden kann sich dann selbst überlegen welche der karten ich benutze auch hier nochmal augen auf die auf diese küsten streifen auf dieses wasser auf diese klippen und da will man dann natürlich auch so seine abenteuer erleben das ist jetzt noch mal ja genau das ist noch mal das gleiche da haben wir es auch noch mal ein bisschen veränderter farbgebung müsste jetzt noch mal auf die einzelnen details achten ob sich da auch noch irgendwas in den gärten getan hat oder so aber was wir erkennen können es ist jetzt genau das gleiche kloster aber wir haben hier einmal wald und hier haben wir wasser das heißt wenn ich meine felsenburg mein felsenkloster nicht auf einer insel haben will sondern ich will es irgendwo in einen wald heransetzen dann kann ich das eben auch machen und allein diese ideen man kann da auch sehr viel einfluss drauf nehmen also jetzt das ist noch mal das gleiche dann haben wir das einmal in gold mit wald und in gold mit wasser das sind jetzt diese karten die ich mir bestellt habe so ich hatte gesagt hey hier torsten tobias ich mache diese kampagne 35 tage krieg wir machen ein bisschen helme hafax ein bisschen die millioner ein bisschen in aranien und ich brauche wüsten steppen fruchtbares land und da haben sie sich kurz ein bisschen mit mir besprochen haben dann gefragt was ich brauche und haben dann diese karte oder auch andere karten haben sie für mich entworfen wir haben dann auch noch eine eine weitere karte wo dann diese dieser streifen hier komplett bewachsen und bewuchert ist und dann ist das ein größerer fluss der dann sich hier von von oben lang zieht und man kann dann auch noch diese zählte wegnehmen also auch das haben die alles irgendwie bei sich auf dem patreon kanal bzw auf dem discord kanal kann man das gemeinsam mit den diskutieren die sind doch immer sehr hilfs ja die die helfen dann noch gerne und geben dann eigene vorschläge und ideen und wie gesagt wenn man sich irgendwas wünscht irgendwas besonderes meinetwegen ein castello oder sowas wo man dann belagerungskriege oder sowas machen kann oder irgendwas was auch immer man dann hier hier machen möchte hier über den fluss mit der brücke irgendwas halten hier haben wir dann noch irgendwie einen wald wo es spannend werden könnte ja und ihr könnt euch karten wünschen wenn ihr bei patreon mit macht könnt ihr dann selber so ein bisschen einfluss drauf nehmen ich habe das wie gesagt selber schon mehrfach jetzt gemacht und bin sehr sehr zufrieden mit dem output den sie haben ja wie gesagt seht ihr den auch in den actual place dass ich diese karten dann verwende dass ich die benutze und ich kann euch einfach nur dazu ermutigen auch einmal zumindest auf den blog zu gucken auf die homepage wie gesagt verlinke ich und wenn ihr mit dabei sein wollt bei patreon beim donnerhaus ist es unbezahlte werbung kriegt da nichts für diese karten habe ich so oder so bekommen einfach weil ich patreon bin das kriegt jeder also jeder der mit ich glaube sechs euro oder mehr dabei war die haben jetzt diese karten bekommen da haben sie ich glaube 15 oder 20 boxen oder sowas verschickt da haben sie auch ganz viele fotos gemacht und wie gesagt was ich noch empfehlen kann ist neben diesen karten schaut bei instagram vorbei bei wolpi das ding ist nämlich echt süß ja ansonsten das war das kleine paketchen dieses kleine päckchen was ich bekommen habe und ich werde mir das sicherlich einrahmen und damit auch spielen also man kann dann ja sicherlich auch sehr gut irgendwelche kleinen mensch ärger dich figuren oder sowas nehmen kann man die hier drauf stellen und dann mit verschiedenen farben arbeiten oder irgendwelche anderen token plättchen oder sowas benutzen und das muss man eben ja kann man eigentlich viel für jedes system benutzen müssen wir mal schauen ob wir dann irgendwann im weiteren verlauf fantasy karten haben wir schon bekommen ob wir science fiction karten bekommen oder sowas oder irgendwie weiß ich nicht western oder so müssen mal gucken also wir können da selbst drauf einfluss nehmen und dann kriegen wir vielleicht demnächst auch noch mal science fiction oder sowas das fehlt zumindest noch ja das war so mein kleines unboxing mein kleines video ich werde mir das jetzt hier alles einrahmen und dann ja irgendwo meinem zimmer aufhängen oder ein laminieren damit die karten nicht kaputt gehen ich bedanke mich auf alle fälle beim donnerhaus für die karten und auch jetzt für dieses paket ganz recht herzlichen dank damit sage ich tschüss ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder schaut in die beschreibung rein bis dann ciao bis dann